Jendor Berg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen wieder auf meinem Channel hier. Und zwar nehmen wir ein kleines Road2Trickshot auf mit den Jungs hier im Discord. Wir chillen hier in der Kneipe. Alle haben ein bisschen zippen oder so. Ja man, wir schauen was heute abgeht, ichi, nix. Nix. Digga, warum steht da wenigstens bei mir Olmos Hit? Der war ja auch schon glücklich. die machen noch salat hast du so weißt du okay wir sind jetzt alle 1,2,3 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday liebe juku du hast ein problem oder was ja er lebt noch lebt denn der alte holzmichel noch einmal muss noch aber später irgendwann ja ich bin so im digger digger beruhig dich aber ruhig für die gang jetzt einhit für die gang für die gang ja wenn es einfach sein dann steche ich ja für die gang für die gang für die gang ja er lebt noch ich hab leben gefickt mit dem song grad glaube ich ja gib mir bitte diesen später wenn die schlafen geht digger er lebt noch introducing to seven mit holzmichel der baba das wäre aber wild digger so fetten shot dann ja er lebt noch das ist edit mit holzmichel drin und ich komm hier nicht raus der bot hält mich ja er hält dich fest digger halt mich nicht fest digger wie wärs denn mit einer runde der zu ihm abgelehnt bailout last try geh hoch geh hoch ich flipp aus ich kann das nicht mehr ich kann das einfach nicht mehr wer ist jetzt versace hier versace versace wer ist das versace ist das junge wer ist versachi versace versace Meister, Meister, Producer. Versace, Versace. Lebt denn der alte Holz? Wie schön noch. Alter, ich geh mich aus dem Korten rausgegeben. Du willst zu viel hier. Im Holzmichel. Ich nehm mich gleich in-game so. Und dann hätt ich. Mal jetzt das Holzmichel, Alter. Der gute alte Holzmichel. Mutter. Komm, seht ab. Bumm. Wer denn der alte Holzmichel noch? Da muss der Kontrollsky. Da seh ich wen gerade eben, Alter. Dribalowski. 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 So. Also die Shops gefallen wie Männer, ist egal. Also auf jeden Fall alle besser als ich auf ihn. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben auf diesen Dingern. Ich bin oben auf diesen Dingern. Gibt du ein Cap-Package oder was? Nein, nein, ohne. Jetzt auf die Schnauze von Flugzeug. Ich hab die Schnauze von Flugzeug vor. Er kannst mir mal bitte erklären, wie ich jetzt da draufkomme. Ja, der vorne in die Schnauze. Ja, der vorne in die Schnauze. Ja, der vorne in die Schnauze. Du bist der vorne drauf. Haha, o. Junker! Dschunger! Dead, 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 oder was? Oh, damn. Oh, we're to the crowd here. Welcome on Go. Man, man. What's in mein scheiß Handy? Nice, aber leck.